Gibt es ja auch gute Diskotheken. Gibt es Playboy, Playboy Bar, Ville Sofija. Ja, ich bin heute schon zum Fuß dahin gelaufen, zum Santa Prime, habe ich es mir angeschaut. Ja, aber es ist drei Kilometer weit. Kein Problem. Ja, wunderbar. Bitteschön. Ja, danke. Okay. So, hallo. Herr Grosch. Ich grüße Sie. Ja, das ist tatsächlich eine Kompetenz. Bitte schön. Ja, hallo. Ja. Dazu bitte ich einmal hier die Hände zu desifizieren. Okay. Und? Ja. So. So. Nochmal. Nochmal. Das war... Genau. Und jetzt verreibe ich es jetzt so schön. Okay. Dann darf ich Sie bitten, sich einmal in die Füße zu schweißen. Aha. Sie halten sich gerne hier fest. Sie treten einmal stark hier, mittig genau, hinein und drücken stark nach unten, warten bis es kippt. Ja. Ich muss noch ein bisschen nachzupkeln. So. Ja. Sehr gut. Und jetzt mit dem anderen Fuß bitte. Mhm. So. 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 Ich bin aber nicht in Hunde getreten. Sehr gut. Und jetzt mit dem anderen Fuß bitte. Ich bin aber nicht in Hunde getreten. Sehr gut. Wie war der Zug? Wunderbar, ja. Über soviel. Über soviel sind Sie gespielt. Ja. Über soviel sind Sie gespielt. Soviel sind Sie gespielt. Ja. Nehmen Sie kurz Platz, ich komme gleich ziehen. Ja. Wunderbar.